Die Marktlage bei US-Aktien ist Mitte Juni von hoher Volatilität geprägt, mit manchen signifikanten Sell-Off-Tagen, wie beispielsweise am Freitag, dem 10. Juni. Die Gründe dafür waren, die höchste Inflation seit 40 Jahren, die eingeleitete Zinswende der Fed mit weiteren angekündigten Zinsschritten prägen das Gesamtbild der amerikanischen Wirtschaft und somit auch den Aktienmarkt. Gerade in diesen Situationen empfiehlt es sich, das Marktgeschehen eher von der Seitenlinie aus anzuschauen und auf die nächste Stabilisierung zu warten. Ausreichend Geld steht am Seitenrand, aber es sind, wie immer, Impulse notwendig, also Nachrichten, die dem Markt wieder Hoffnung geben. Für langfristig orientierte Anleger und Trendfolgeinvestoren oder für Menschen, die einen Sparplan in US-Aktien haben, ist das aber kein Grund zur Sorge. Denn es hat sich in der Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll bewahrheitet, dass Aktien beim Vermögensaufbau die mit Abstand beste Wahl waren und das wird auch für die Zukunft so sein.